ich bin hallo und herzlich willkommen zurück bei wie wir hier vor er war mit mir misa und jeter somit ist gottzeichen hier ein bisschen leiser machen scheiße wir können nicht mehr zurück geht das ist aber scheiße das heißt nur noch einfach weggefahren ja warum möchte ich hier gerade als jungen minecraft geschädigt nähe so wird ja geschädigt wo er so wird ja das auch wir haben nichts wir haben nur uns und unsere fackeln das war das und brief wenn ich nicht aufmachen kann also wir müssen auf jeden fall irgendwie was schaffen irgendwo steht da drauf aber ich kann es nicht lesen konnte man noch mal lesen ich bin ich bin mir sicher dass das das bewacht was ich suche der riesige tür aber wie funktioniert die ok so funktioniert die riesiges rad das war nicht die eulentür das war sie wohl nicht würde ich sagen aber schön sieht das ja auch irgendwie oder hier so geil da mit den literen ist doch schön auch irgendein spiel spiel ich liebe spiel es ist der zugang okay was ist hier auch hier müssen wahrscheinlich wenn es nicht hier durchkommt geht das auf und das lassen wir raten das ist die eulentür er ist die eulentür und hier müssen irgendwelche spiegel dran hier kann man nach oben da kann man konnte man dann noch um ist da noch um heute hier ist licht ganz viel licht ok hier konnte man nicht weiter und blende mann ok hier kann man drum was drehen ja gut solche seite ich habe mich nur weggedreht wollte gucken wo wir ankommen natürlich muss ich auf einer seite landen ja natürlich es wäre ja nicht mehr das spiel sonst nach wahrscheinlich ich sehe hier eine wiege wo eine puppe neben sitzt ich habe das gesehen ich hoffe das war jetzt richtig muss mich hoch lassen es ist ein sprungturm ok da müssen wir es machen sich der beider an und hier und die hier noch um was drücken ich kann die doppel ganz drücken kann nichts machen ok ok jetzt runter und hier ist ein schiff ist es sich da jetzt ins schiff einspringen ich habe keine ahnung ich war gleich ich kann dir das nicht sagen ach so gut das schiff kann ich runter machen irgendwie musst du mich überlassen ich konnte das schiff hoch machen aber so wahr ich los lasse geht es runter ok 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 echt beeindruckend ne ich habe nur so einen gewinnen wie du Oh, scheiß unter Leib, alle. Ach, schon der zweite Tag, aber ich blute wie so ein Schwein, alle. Soll man mich abgehackt hat. Was ist der? Muss ich da vielleicht hin? Komm ich hier irgendwo hin? Ja. Hallo. Ich versuche gerade nach oben zu kommen, irgendwie. Ja. Aber nett, wenn du mich erstmal rüber lassen würdest, weil ich kann nichts machen. Ja, ich versuche ja irgendwie irgendwo was zu machen. Aber ich muss ja erstmal gucken. Ich konnte hier einen Hebel ziehen, aber mehr auch nicht. Den konnte ich ziehen. Also wenn du den loslässt, dann geht das den wieder nach oben. Genau. Das ist das Einzige, was ich hier ziehen konnte. Wo genau bist denn du? Hier. Ach da. Und du kommst da nicht weiter? Nein. Aber ist da vorne nicht bei dir? Wie konnte man denn hier nochmal ran suchen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hier bist du noch weg. Genau da. Hui. Warum? Vielleicht ist hier ja noch irgendwo was. Vielleicht hab ich noch irgendwas übersehen. Ich will auch noch mal nachgucken, ob ich noch was übersehen hab. Aber was. Das wollte ich nicht. Wollte ich noch irgendwo rumkommen, wecken, aber... Ich hab hier noch einen Hebel? Ja. Das war's. Okay. Zum Weg. Oh. Bacala. Ach so. Da komm mal irgendwo hoch. Hui. Oh. Okay. Mach mich da hoch. Wo lang ich hier eigentlich muss. Okay. Ich komme hier anscheinend runter. Und wieder ... Oh. und führt also du kannst mich hoch lassen ja also dann kann einer nämlich auf das boot springen während der andere das von bestimmt das kann er hier lang hier ist nämlich ein boot und hier ist ein hebel und ich drücke den hebel ich habe dann kran ich kann hier irgendwie rüber da komme ich aber nicht weiter jetzt kann ich wahrscheinlich wohl mit dem anderen ja jetzt kannst du mich überhüten super drüben was kann ich jetzt auch das komme ich nicht weiter wo komme ich hier denn jetzt nicht mehr weiterkommt ich kann jetzt hier einen klopf drücken ok es ist rockworts es sind die schwebenden treppen kann ich hier daraus stehen bleiben ich habe keine ahnung ne anscheinend tut sich dann nichts ja genau jetzt kann ich nämlich noch ein weiter und dann könnte ich da schreck rufen so ist bin ich hier jetzt haben wir müssen mal eben wieder pause machen ok jetzt geht's weiter warte mal ich will mich mehr also hier ist auf jeden fall zu das heißt ich kann hier auch nichts machen so wenn ich jetzt hier gehe kann ich leider nicht dahin das heißt du müsstest eigentlich drehen richtig unter da was wird das denn jetzt hast du gemacht das ist kaputt gemacht ich habe nur einmal gedreht aber du kommst jetzt nach unten oder hier ist andere seite unten genau also bringt mir nicht viel so da komme ich auch nicht hin weil hier ja noch zu ist kommst du du musst auf jeden fall zu der anderen seite hier du bist da also noch einmal drehen ja alles gut du kommst aber du kommst aber von hier nicht dahin genau du musst du musst da unten wieder hin hast du unten den hebel gezogen was für ein hebel der hebel dafür den denksten hier du warst doch da unten oder da oben also müssen wir das so lange drehen bis du da unten hingehen kannst wird aber nicht funktionieren so jetzt kannst du überhaupt noch so hingehen jetzt komme ich wieder nach oben jetzt kommst du nach oben jetzt nur wieder nach oben gehen so jetzt komme ich nach da und so genau bist du jetzt unter dir unter mir du müsstest jetzt zweimal drehen damit ich wieder was machen kann so jetzt komme ich auf die andere seite oben wieder raus okay so jetzt noch mal kurz testen so jetzt kommst du jetzt jetzt komme ich da unten genau und da ist doch ein hebel so genau jetzt gucken wir mal was der hebel macht selbst vorher auch lust dass du jetzt zu mir kommt kannst genau so müssen wir jetzt hier weiter ich verstehe einer muss also oben einer muss nach oben und der andere muss unten rein oder was ja alles klar weil ich muss dich denn gut ziehen oder du mich das heißt wir müssen dich so gesagt erst mal nach oben kriegen glaube ich vielleicht auch von der seite aus oder ist da irgendwas was du machen kannst das ist dein gesetz und der du da gekommen bist ach so so noch ein so jetzt bin ich gleich wieder auf deine seite habe ich ja nicht gar keine mehr so jetzt komme ich ja doch 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 ausreden ja wenn da unten noch einmal drehen muss man muss zeigen aber so jetzt kommt ich nach oben jetzt musst du das nun wieder so drehen dass du da unten kommst ja das müsste jetzt sein wenn unten drin besagt ich gehe gerade hoch ich bin unten so welche seite mal das zu machen rechts und links weiß gar nicht warum ich eigentlich gar keine die andere seite bereit ja kannst du drücken ist ja ich habe gut gemacht wir kommen jetzt wieder runter meine fackel geht wieder ich habe schon wieder keine fackel an meine fackel geht wieder was seit dann kann man hier nirgendswo runter fallen ja hier wäre ja ich schweine backe super okay wir haben hier anscheinend spiegel das was wir von unten gesehen haben alles klar ich habe hier irgendwelche bilden zeichnungen ich komme hier aber nicht doch ok ich weiß gar nicht wo müssen wir denn achten müssen da rein ich kann man anscheinend nicht mehr drehen aber wir sind ja für die spiegel und dran also was genau das muss jetzt irgendwie dass der auslösen richtig und dahinten ist offen wollte pups da hinten ist offen was machst du da oben ja keine ahnung und dein weg ist versperrt du kommst du mir nach oben ok leute das war's dann fürs erste wir sehen uns dann in der nächsten folge tschaui ja tschaui tschaui